Herzlich willkommen zu dem Video. Das ist meine Katze, sie heißt Nala. Und kuschelt gerade mit meinem Handy. Der ist jetzt nichts geworden. Toll, oder? Na du Kuschelkatze? Ist gerade weg von mir. Katze, geh nicht weg. Nala, runter da. Nala, runter da. Miau. Katze, komm her. Na komm. Miau. Das ist meine Katze, sie ist wunderschön, ich weiß. Wann wärst du in Berlin, wenn du das gehen würdest? Ich hoffe, ich habe noch keinen gemacht. Leute, Achtung, ich zeige mich. Und ich warne euch, ich bin wirklich hässlich. Da, ich bin hässlich. Diesen Merch gibt es auf heyshow.de bei Hey Moritz. Hey Moritz ist cool, okay? Also ich bin hässlich, Leute. Bewertet mich nicht. Bitte nicht. Bitte bewertet mich nicht. Bitte. Ich weiß nicht, ob man mich gesehen hat, weil ich den Vlog-Doy drehen muss. Ne, äh, angucken muss. Ja, deutsches, das auf Freitag. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gucken. Ey, lass dich doch rein. Sie soll aber nicht mehr. Die ist vorne ganz allein, wenn wir hier hinten sind. Was kann ich dafür? Wir schreien nicht, ich vlogge. Wir machen die da jetzt an. Ich möchte dich auch mal in der Welt schafft erzählen und dich die ganze Zeit vorne an jede Runde. Guck mal, was wir gefunden haben. Ja, wir gucken jetzt Fernseh, YouTube, toll. Natürlich, ich sehe zu und nicht. Herzlich willkommen. Du bist in YouTube als der Moritz-Fan, Horst-Fan, Horst angemeldet. Ja, Leute, das ist mein Name. Und ja, genau, so viel. Moritz, solltest du meinen Vlog sehen, falls du meinen Kanal kennst. Du hast immer noch kein Video hochgeladen. Na, vielen Dank. Aber deine Videos sind lustig. Lustige Videos, falls ihr welche sollt. Hey, Moritz, heißt der. Ja. Er hat leider noch keinen. Warte. Warte los. Immer um 18 Uhr. Ich komm nicht weiter hoch. Videos immer 18 Uhr. Gestern kam keins, weil er ja keine Daily Vlogs mehr macht. Die Daily Vlogs, die waren cool von mir, Moritz. Das kenne ich noch gar nicht. Die Umfrage überspringen mir. Daily Vlogs. Wenn man Hey, Moritz schaut. Moritz, ein Lob an dich. Du machst echt jedes Video geil und das ist mein erster Vlog, falls ihr fragt, Leute. Ich habe noch nie gevloggt, weil ich mich das noch nie getraut hatte, aber ich leid nicht besitze. Yay. Vlogge ich heute mal. Das war, wo du mal Daily Vlogs gemacht hast. Leider machst du es nicht mehr, das ist traurig. Warum? Aber Lightning Merch ist geil. Man sieht, er trägt auch Lightning Merch immer in seinen Videos da. Ich habe nie so einen Move gemacht, weil es mal gefahrt. Die Folge ist wohl leicht nicht. Aber viele von euch kennen seine Videos, so höchstwahrscheinlich. Und die Musikvideos jeden Tag und Dickel Clip auch. Perfekt. Ja. Deine Videos kommen auch nach 10 Uhr. Deine Videos. Deine Videos. Entschuldigung. Ja. Das habe ich vielleicht von dir. Vielleicht. Danke. Ja genau, das meine ich. Das habe ich von deinem Video. Falls du meine Vlogs siehst, also diesen. Du bist echt cool, Moritz. Krass. Dieser Raum. Dieser Raum. Ich stehe vor ihr in der Haustür. Ja. 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 Scheiße, wir kommen nicht durch. Warte noch. Ja. 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 Also hier. Ja. 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 Da seht ihr meine Katze? sie ist süß, ich weiß. Ja, Leute. Das war's mit dem Vlog. Nala sagt Tschüss. Sieht man meine Katze? Nala sagt Tschüss. Nala sagt Tschüss. Ja, ein Tschüss von meiner Katze. Wiedersehen. Das war's. Mein erster Vlog. Auf Wiedersehen.